Ja, da ist sie, die neue Folge von Oto und Wirtschaft. Ich bin Jana Schwalbe und ich habe heute einen recht prominenten Gast bei mir im Podcast zugeschaltet aus den USA. Der eine oder andere von euch kennt ihn sicher als Korrespondenten aus den ZDF-Nachrichten. Elmar Thewissen, seit drei Jahren leitet er das ZDF-Studio in Washington. Herr Thewissen, ich sage einfach mal direkt, schön, dass Sie da sind und dass wir heute miteinander sprechen in dieser Folge. Ich freue mich sehr, Frau Schwalbe, dass Sie Zeit für mich haben und dass ich ein bisschen was über unsere Arbeit erzählen kann. Kann ich nur zurückgeben. Herr Thewissen, Sie ordnen hier in der Folge für uns die transatlantischen Beziehungen ein. Durch Ihre Berichterstattung vor Ort können Sie uns ja auch ein Stück weit, ja ich sage mal, die amerikanische Denkweise aufzeigen. Wir hatten hier bei der Industrie- und Handelskammer in Bielefeld ja jetzt gerade erst unsere internationalen Begegnungstage mit dem Titel Ostwestfalen Meets USA. Und die Folge mit Ihnen ist sicher ein ganz schöner Abschluss des Ganzen, finde ich. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Gespräch mit Ihnen. Vorab aber erstmal jetzt was ganz anderes. Herr Thewissen, es hat Sie leider Gottes erwischt, Corona. An unserem wirtschaftspolitischen Abend in Gütersloh konnten Sie deshalb auch nur digital teilnehmen. Deshalb jetzt, ich würde mal sagen, die wichtigste Frage der Folge. Wie geht es Ihnen? Also schon besser. Ich bin viermal geimpft und es hat mich trotzdem diese Woche dann ein Stück weit hingehauen für ein paar Tage mit Fieber und dem, was sonst so erkältungsmäßig dazu gehört. Gott sei Dank nicht schlimmer und es wird jetzt langsam besser. Also ich werde noch eine Weile positiv bleiben und danach reicht es mir, dass der Test dann wieder negativ wird. Und das ist jetzt auch tatsächlich Ihre erste Infektion mit dem Virus? Ja, das erste Mal bei uns durch die Familie ist es schon ziemlich durchgelaufen. Die lebt zum größten Teil ja in Deutschland. Aber wir haben hier in Amerika, auch weil wir sehr früh geimpft wurden, weil wir vier Impfungen mittlerweile haben, eigentlich immer gut geschützt. Und trotzdem haben wir es uns trotz aller Schutzmaßnahmen dann noch eingefangen. Ich frage Sie jetzt einfach mal direkt, passt jetzt indirekt nur zum Thema, aber wie gestaltet sich denn die Corona-Lage in den USA gerade aktuell? Zuletzt hatten die USA ja auch die traurige Marke von einer Million Corona-Toten seit Ausbruch der Pandemie übersprungen. Das ist richtig, oder? Ja, also wir haben derzeit etwa pro Tag 100.000 Neuinfektionen und wir haben pro Tag im Schnitt etwa 350 Tote in den USA. Und man merkt das gerade in den letzten Wochen, ähnlich wie ja auch in Deutschland, die Zahlen wieder angezogen haben. Das hat mit den neuen Untervarianten von Omikron zu tun, ganz offenbar. Die stürzen sich in erster Linie auf die Leute, die nicht geimpft sind, aber eben offenbar auch auf viele, die geimpft sind. Also die Zahlen gehen wieder in die Höhe, Gott sei Dank nicht die Todeszahlen und das weist ja darauf hin, dass die Impfung schon ein guter Schutz ist. Definitiv, aber trotzdem lässt sich ja sagen, die Pandemie ist noch nicht vorbei global, auch wenn der Eindruck entstehen könnte. Wo jetzt so viele Einschränkungen quasi weggefallen sind, keine Maskenpflicht mehr und das Leben zumindest hier in Deutschland ja eigentlich wieder so verläuft wie 2019 vom Gefühl her. Ja, ich glaube, das spielt eine Rolle. Wir haben ja alle das Gefühl, nicht nur, dass wir genervt sind von all den Maßnahmen, sondern dass es auch nicht mehr notwendig ist, weil es vielleicht eher vorbei ist und so weiter. Und da ertappt man sich selber, selbst wenn, also wir haben zum Beispiel die Maskenpflicht bei uns im Studio aufgehoben, schon vor einigen Wochen und haben gesagt, wer will, kann sie weiter natürlich tragen. Und wenn man einen Kollegen oder eine Kollegin sieht, die die Maske auf hat, muss man seine dabei haben und eben auch aufziehen. Aber man merkt eben an sich selber, dass man dann häufiger die Maske vergessen hat oder mal auch nicht dran denkt. Also man wird ein bisschen fahrlässiger und ich finde schon, dass wir uns ein bisschen Sorgen machen müssen, was denn jetzt im Herbst passiert, wenn andere neue Varianten vielleicht auch nochmal in eine standardmäßig jedes Jahr entstehende Erkältungswelle platzen. Also mal sehen. Ich kann nur sagen, Vorsicht ist besser als hinterher sich zu ärgern. Ja, definitiv. Spannende Zeiten auf jeden Fall in allen Bereichen. Herr Thewissen, wagen wir doch mal den Schwenk. Lassen Sie uns über die deutsch-amerikanischen Beziehungen sprechen. Sehr gerne. Ich habe mir da auch mal ein ganz konkretes Beispiel rausgepickt und zwar von unserem wirtschaftspolitischen Abend, an dem es ja auch ganz genau um dieses Thema ging. Und zwar Michael Deitert, Vorstandschef bei der Volksbank Bielefeld-Gütersloh, hat ja in seiner Begrüßungsrede an dem Abend eigentlich bekräftigt, dass er persönlich mit der Wahl von Joe Biden ja in Amerika wieder einen Partner sieht, der berechenbar geworden ist. Also Herr Deitert hat gesagt, Deutschland und die USA, das seien seither wieder bessere Freunde. Und ich saß mit im Publikum und in der Reihe hinter mir konnte ich nach diesem Satz von Herrn Deitert nur laut entnehmen, Zitat, das stimmt so aber gar nicht. Herr Thewissen, wie schätzen Sie das ein? Sind Deutschland und die USA nach Trump wieder auf einem guten Weg? Ich glaube momentan ja, eindeutig. Zwar sieht man ja, dass Joe Biden manche Dinge ähnlich macht oder auch sagt, wie Donald Trump zum Beispiel, sagt er immer Buy American. Also er setzt darauf, dass Waren in den USA produziert werden. Und da denkt man natürlich, aha, dann wird es für deutsche Unternehmen natürlich doch schwierig, auf dem amerikanischen Markt tätig zu sein. Aber wir hatten vorhin ein paar Wochen ein Gespräch mit dem BDI-Präsidenten und den Vertretern des DIHK hier in Washington, die hier ja ihr eigenes Büro unterhalten. Die haben auch Regionalbüros in verschiedenen Bundesstaaten. Und da ist die Meldung sehr eindeutig. Die Zahlen entwickeln sich positiv. Die Investitionen aus Deutschland nehmen zu. Die deutschen Firmen sind in Amerika aktiv wie nie zuvor in einem Volumen, das Hoffnung macht, weil eben ganz offenbar in den einzelnen Bundesstaaten gewünscht wird. Und da ist ja die Beziehung am stärksten zwischen einzelnen Bundesstaaten, die Unternehmen aus Deutschland tatsächlich gerne bei sich ansiedeln wollen. Dass dieses Vertrauen zwischen einzelnen Bundesstaatsregierungen und einzelnen Unternehmen aus Deutschland weiter wächst. Andere sich angefeuert fühlen, dann auch hier in Amerika tätig zu werden. Und es gibt niemanden, weder den US-Präsidenten noch irgendeinen anderen Politiker, der deutsche Firmen daran hindert, weil es sind Arbeitsplätze, die entstehen. Und da ist momentan ein bisschen Goldgräberstimmung in Amerika, sage ich mal. Amerika erlebt einen Boom, trotz aller Schwierigkeiten, trotz Inflation. Aber in der Tat ist es so, dass die Wirtschaft gut läuft, dass die Arbeitslosigkeit auf einem der niedrigsten Niveaus seit vielen, vielen Jahrzehnten ist. Und dass die Stimmung auch, die wir selber bei unseren Reisen im Land erleben, sehr, sehr positiv ist. Ja, das ist ja auch etwas, was am Abend auch einige der Unternehmensvertreter hier aus Ostwestfalen gesagt haben. Die ja sich ganz klar als Amerika-Fans auch geoutet haben, sage ich mal. Und auch gesagt haben, das ist ein toller Markt. Ja, es ist vielleicht noch als Ergänzung. Natürlich machen sich gleichzeitig auch viele Sorgen, was passiert, wenn Donald Trump wiederkommt in 2024. Oder wenn ein Trumpist, also jemand wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, möglicherweise Präsident werden könnte. Aber nehmen wir mal das Beispiel, Ron DeSantis ist ein stockkonservativer Knochen, der in einer, ich sage mal, unglaublich autoritären Art und Weise versucht, eine fast trampistische Politik durchzusetzen in Florida. Aber gleichzeitig hat er ein riesiges Interesse, dass die Wirtschaft läuft und ist eben auch ein Förderer von internationalen Unternehmen, die in Florida sich ansiedeln wollen. Also, selbst wenn es einen Regierungswechsel gäbe, solange es nicht Trump selber ist, der ja durch seine erratischen, manchmal nicht nachvollziehbaren Entscheidungen den Handel erschwert hat, hat, solange es halt jemand anders ist, der rationaler, ein Stück weit rationaler ist, glaube ich, werden auch die Wirtschaftsbeziehungen weiterhin ausbaufähig sein. Und ja, zur Präsidentschaftswahl kommen wir später auch noch mal kurz zu sprechen. Also, einmal nur eine kurze Antwort von Ihnen. Also, Sie würden es nicht unterschreiben, dass unter Joe Biden das Trumpsche Prinzip America first vorherrschend bleibt, ja? Das ist nach außen in ein Postulat, by American, aber darunter ist alles Recht dem amerikanischen Präsidenten, was die US-Wirtschaft voranbringt. Weil letztlich sind deutsche Unternehmen, die sich hier ansiedeln, amerikanische Arbeitsplätze und genau das braucht er. Herr Thewissen, in Ihrem Vortrag ging es auch immer wieder um den Kampf zwischen Demokratie auf der einen Seite und, jetzt kommt ein schwieriges Wort, Autoritarismus auf der anderen Seite. Ja, nun wird ja sicherlich jeder mitbekommen haben, dass sich die Welt definitiv in einer Krise befindet. Stichwort Ukraine. Da ist jetzt zum Beispiel unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der drei Tage nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Bundestag von einer Zeitenwende gesprochen hat. Zitat, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Und jetzt kommen Sie wieder ins Spiel und zwar mit der amerikanischen Sichtweise. Denn, Herr Thewissen, das ist etwas, was ich mir aus Ihrem Vortrag auch ganz besonders gemerkt habe, ist, dass Sie festgestellt haben, dass Joe Biden tatsächlich Zweifel an dieser Zeitenwende hat. Auch wenn er, so sagen Sie es, öffentlich das so nie zugeben würde. Können Sie uns das nochmal näher erklären? Ja, also der amerikanische Präsident will auf keinen Fall in irgendeiner Weise von sich aus die Geschlossenheit der Bündnispartner gefährden. Und deswegen wird er nie im Leben irgendwo öffentlich Kritik an Deutschland äußern, sondern das wird, wenn überhaupt, hinter verschlossenen Türen beim Gipfel jetzt, G7-Gipfel in Elmau Ende Juni vielleicht passieren, aber öffentlich niemals. Aber wir hören halt aus dem Umfeld des Präsidenten, wir hören von Politikern beider Parteien, dass man an der einen oder anderen Stelle Zweifel hat. Warum? Weil Deutschland eine Zeitenwende postuliert, ist ja ein großes Wort, was man da nimmt, und vermeintlich damit anerkennt, dieses Narrativ, was der US-Präsident überall verbreitet, dieser Kampf gegen Autoritarismus, zwischen Demokratie und Autoritarismus, aber dann in den Taten scheinbar jedenfalls zögerlich ist, nicht ein Konzept hat, keinen Plan, keine Strategie, die irgendwie ersichtlich wird. Und das findet natürlich Niederschlag in dem Ringen um, was wird denn eigentlich an die Ukraine geliefert, in der Frage, ob das Sondervermögen komplett für die Bundeswehr ausgegeben werden soll. Das hat ja wochenlang einen Streit darum gegeben, bis man sich dann am Ende dann doch geeinigt hat. Und, und das wissen die Amerikaner auch aus zum Beispiel einer Tagung, die hier stattfand, das Global Leaders Meeting der Münchner Sicherheitskonferenz, wo Anführer aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern sich mit führenden Persönlichkeiten aus den USA getroffen haben, wo sehr klar wurde, dass die Deutschen, die da waren, diese Theorie, dieses Narrativ noch nicht ebenfalls übernehmen. Sie sehen den Konflikt mit Putin nicht als Teil dieses großen Kampfes zwischen Demokratie und Autoritarismus, sondern das ist ein Sonderfall, das ist der Putin, der will imperialistisch hier in Europa sein altes Reich wieder errichten. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, dann das hochzustilisieren und daraus dann abzuleiten. Wir müssten auch gegenüber China oder gegenüber anderen entsprechend hart vorgehen. Und da entsteht hier in Amerika der Eindruck, dass erstens die Bundesregierung es noch nicht verstanden hat und zweitens sie weiterhin auf Wirtschaftsbeziehungen setzt, also die ihnen wichtiger sind als ein Engagement gegen den Autoritarismus. Also die sogenannte Zeitenwende scheint schon noch ein Stück weit so ein politisches Rätsel zu sein. Herr Thewissen, Ihr Vortrag hatte ja nun auch eine Frage zum Titel und zwar Zeitenwende oder Strohfeuer. Sicher ist, das habe ich Ihrem Vortrag entnommen, ist, dass Amerika deutsche Führungsstärke verlangt. Glauben Sie denn ganz persönlich, dass diese sogenannte Zeitenwende überhaupt gelingen kann und wie würde die eigentlich aussehen? Also ich glaube, sie kann gelingen. Unser Problem ist ja in Deutschland, dass wir das Pferd ein Stück weit von hinten aufzäumen. Wir müssen gerade reagieren auf etwas, was mitten in Europa passiert, eben dieser Ukraine-Krieg. Statt das zu machen, was man eigentlich macht, was übrigens jeder Wirtschaftsführer, jeder Unternehmenschef auch machen würde. Er würde eine Vision entwickeln, daraus eine Strategie ableiten, aus der Strategie entsprechende Maßnahmen beschließen und dann eben versuchen, sein Unternehmen voranzubringen. Entschuldigung, diesen Luxus hat Deutschland und haben die anderen europäischen Staaten momentan nicht. Und deswegen dauert es noch eine Weile, bis sich das sortiert hat. Deswegen ist es so unordentlich und chaotisch. Ich glaube, die Absichten sind gut. Die Koalition hat ja sogar in ihrem Koalitionsvertrag vor dem Ukraine-Krieg schon längst beschlossen, man will und braucht eine nationale Sicherheitsstrategie, an der wird gerade gearbeitet. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis sie tatsächlich existiert. Und bis dahin muss man im Grunde genommen so ein bisschen vorausschauend die Maßnahmen entscheiden, die notwendig sind oder die dann eben zu dieser nationalen Sicherheitsstrategie passen. Das ist extrem schwierig und deswegen sehen wir so viel, ich sage mal, Unordnung in der Bundesregierung. Aber ich bin unterm Strich doch zuversichtlich, dass Deutschland verstanden hat, übrigens die Bevölkerung ja jetzt schon eher als die Politik, dass es eine Zeitenwende sein muss, dass es keinen zurückgibt in eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland beispielsweise und dass Deutschland gemeinsam mit Frankreich beispielsweise militärisch, wirtschaftlich und politisch wieder stärker die Führung auch ein Stück autonomer von den USA übernehmen muss, weil eben keine Garantie besteht, dass die USA in, ich sage mal, zweieinhalb Jahren weiterhin ein so verlässlicher Partner sein können. Ja, die Medien rechnen dem Begriff Zeitenwende ja auch schon ganz gute Chancen aus, zum Wort des Jahres 2022 gekürzt zu werden. Sie hatten ja auch gerade schon die Größe des Wortes betont, tatsächlich nur mal ganz kurz am Rande erwähnt, weil das Wort ja nun auch mehrfach gefallen ist. Herr Thewissen, ein Begriff, der in Ihrem Vortrag und auch in der anschließenden Podiumsdiskussion auch immer wieder gefallen ist, ist China. Dem Abend zu entnehmen war, dass China aktuell eines der Hauptprobleme von Joe Biden ist, während wir in Deutschland und Europa natürlich primär auf den Krieg in die Ukraine blicken. Was sagen Sie, verschieben sich die außenpolitischen Interessen der USA von Europa hin in den pazifischen Raum? Ja, der Plan, den gibt es ja schon länger. Der ist ja auch schon von Barack Obama vorangetrieben worden. Es kam nur einiges dazwischen, wie damals die Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008, 2009. Dann kam Donald Trump dazwischen. Jetzt ist sehr klar und eindeutig, Biden will diese Wende nach Asien, die damals postuliert wurde, die will er jetzt endlich umsetzen. Und das hat mit China zu tun, weil Amerika, und zwar Politiker beider Parteien, China als Bedrohung ansehen. Und das beruht natürlich nicht einfach auf Kaffeesatzleserei, sondern man hat ausgewertet und analysiert die Politik, das wirtschaftliche Gebaren, auch das militärische Gebaren Chinas über die letzten zwei Jahrzehnte. Und kommt zu dem Schluss, China hat die Welt ein Stück weit getäuscht, hat im Grunde genommen so getan, als würde es bereit sein, bei Wirtschaftsannäherung und durch den Handel sich auch ein Stück weit zu wandeln. Aber die Wahrheit ist, die kommunistische Partei hat einen eisernen Griff auf die Macht und ist nicht bereit, in irgendeiner Form ein Stück ihrer Macht abzugeben, geschweige denn, sich in Richtung Demokratie zu entwickeln, ist bereit dafür, alle Versprechen zu brechen. Das Paradebeispiel ist ja Hongkong. 2019 haben wir da die Niederschlagung der Freiheitsbewegungen in Hongkong erlebt. Hongkong ist im Grunde genommen, anders als vorher versprochen nach der Übergabe durch die Briten, durch China mittlerweile mehr oder weniger gleichgeschaltet worden. Das Vorgehen gegen die Uiguren, die Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land, die Unterdrückung der religiösen und ethnischen Minderheiten, auch in Tibet und so weiter. Also die Liste ist unendlich lang und sie wird vor allen Dingen ergänzt durch wirtschaftliche Erpressung, Nötigungsversuche gegenüber westlichen Staaten, gegenüber anderen Staaten in aller Welt. So, und vor diesem Hintergrund ist China für die USA der Hauptgegner der Zukunft, mit einer immer weiter wachsenden militärischen Macht. China hat jetzt auch schon die größte Navy, die größte Marine, Kriegsmarine der Welt. Und das alles macht den USA Sorgen. Deswegen wäre es ihnen sehr recht, wenn sich die Europäer stärker selbst um Europa kümmern und Amerika vor allen Dingen seine Aufmerksamkeit auf den asiatischen Raum lenken kann. Also die Europäer und auch Deutschland müssen sich unabhängiger machen. Und ja, das wäre quasi so mit einer der Forderungen, sagen Sie ja. Ja, unabhängiger ist ein wichtiges Stichwort, weil es ist tatsächlich so, dass die Abhängigkeiten von China in den letzten Jahren extrem groß geworden sind. Paradebeispiel ist, wir sind nicht mal mehr in der Lage, Antibiotika herzustellen, ohne die Vorläuferstoffe, die aus China geliefert werden. Wir sind nicht in der Lage, Batterien herzustellen, sowohl weil wir nicht die Rohstoffe dazu haben, noch am Ende die Fertigung dazu haben in unseren eigenen Ländern. Und die Botschaft von Amerika ist, man muss sich selber wieder unabhängig machen davon, damit man dann eben nicht politisch und wirtschaftlich erpresst werden kann. Deswegen wird hier in den USA die Lithiumproduktion massiv ausgebaut. Deswegen entstehen hier Batteriefabriken. Deswegen sprengt man die Kuppen von Bergen ab, um nach seltenen Erden zu graben, damit man nicht auf Lieferungen aus China angewiesen ist. Und deswegen schützt man auch westliche Technologien, Halbleiter und also Mikrochip-Technologien in einem Ausmaß, um zu verhindern, dass China in diesem Bereich eben die Nase vorn hat. Das ist ein Wettlauf, der da stattfindet. Das alles nicht einfach in böser Absicht, um China zwangsweise klein zu halten, aber um sicherzustellen, dass man selber nicht abhängig ist von der chinesischen Wirtschaft und deshalb dann eben politisch erpressbar wäre, weil, und das kann man auch einzeln belegen, China einen Plan hat aus Sicht der USA, nämlich tatsächlich die Regeln der internationalen Ordnung so zu verändern, wie es China passt. Und das wäre eine Abkehr von all dem, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg in unserer Welt an Regeln und an Werten haben. Ja, Außenpolitik ist ein riesengroßes Thema und ich glaube, darüber könnten wir jetzt auch noch viel, viel länger sprechen. Lassen Sie uns trotzdem noch einmal kurz auf die Innenpolitik bei Ihnen im Land schauen. Und zwar durch Ihre Arbeit kennen Sie natürlich die Staaten gut. Sie waren und sind im Land unterwegs. Sie sprechen mit den Menschen vor Ort und Sie haben in Ihrem Vortrag auch gesagt, Biden und das Team im Weißen Haus, die haben Reformen angestoßen, die mindestens genauso groß sind wie die von Lyndon B. Johnson in den 60er Jahren. Als Beispiele für diese Vorstoße haben Sie zum Beispiel erneuerbare Energien genannt, aber auch mehr Arbeitsplätze und neue Technologien. Und das sind ja erstmal ganz gute Argumente, wenn man das jetzt so zum ersten Mal hört, sage ich mal. Wird das denn auch wirken, damit die Demokraten in zwei Jahren bei der Präsidentschaftswahl wieder die Nase vorn haben? Und zweite Frage, würde es Joe Biden, der dann ja immerhin über 80 Jahre alt wäre, es noch ein zweites Mal machen? Also zum ersten, die Pakete, die verabschiedet worden sind, teilweise auch mit Stimmen der Republikaner, umfassen ja etwa 4 Billionen, das muss man sagen, also es geht nicht um Milliarden, sondern 4 Billionen Dollar, die in das Land investiert werden, die dafür sorgen werden, dass die Infrastruktur in diesem Land wieder erneuert wird, die zum guten Teil marode ist. Und bei dieser Erneuerung diese Infrastruktur ganz gezielt eben auf klimafreundliche Technologien, klimafreundliche, ja im Grunde genommen Transportmöglichkeiten, all das ausgerichtet wird. Das ist eine wesentliche Grundlage, dass Amerika seine wirtschaftliche Stärke nicht nur erhält, sondern sogar ausbaut. Und in der Tat funktioniert das, sagen Experten, die das mal alles analysiert haben. Was da jetzt schon angeschoben ist, ist in der Lage, mittelfristig mehr Arbeitsplätze zu schaffen, als durch den Wechsel, durch die Transformation der Gesellschaft hin zu erneuerbaren Energien tatsächlich auch zerstört werden. Das passiert ja auch, also alte Industrien werden dicht machen müssen, dafür werden eben neue Entwicklungen dafür sorgen, dass Leute Arbeit finden. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber er hat eine Riesenchance darauf, dass er erfolgreich ist und dem Menschen zugute kommt. Das dritte große Paket ist nicht durchgekommen. Das wäre extrem wichtig gewesen, weil es viele soziale Komponenten enthält, so wie Lyndon B. Johnson mit seiner Great Society in dieser Zeit tatsächlich ja Wesentliches zum Zusammenhalt der Gesellschaft beigetragen hat. Das filetiert der amerikanische Präsident jetzt in Einzelpakete und versucht es Stück für Stück durchzubringen. Ob das klappt, wissen wir nicht. Das, was bisher geschehen ist, wird Amerika transformieren und wirtschaftlich stärken. Und die große Frage ist, entfaltet es bei den Menschen im Land rechtzeitig und ausreichend Wirkung, damit tatsächlich bei der Präsidentschaftswahl 2024 die Anerkennung an Joe Biden oder an die Demokraten geht und dann eben kein Trumpist an die Macht kommt. Und diese Frage kann ich nicht beantworten. Das weiß keiner von uns. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit sein. Ob Joe Biden der Präsidentschaftskandidat ist, nach jetzigem Stand ja. Er will unbedingt, er weiß auch, es gibt keinen anderen. Er muss unbedingt, weil er weiß, dass es sehr hart werden wird, die Führung oder am Ende eben auch das Weiße Haus zu verteidigen gegen den Trumpismus in Amerika. Aber vielleicht kann er es nicht. Er ist körperlich fragil, er ist geistig topfit. Aber diese körperliche Fragilität kann natürlich dazu führen, dass er nicht in der Lage ist, den Präsidentschaftswahlkampf zu führen und noch einmal anzutreten. Und dann hat die demokratische Partei ein Problem. Weil auf weiter Flur sind nicht wirklich jetzt schon, ich sag mal, natürliche Kandidaten in Sicht, die diese Aufgabe übernehmen können. Meine Frage, die jetzt eigentlich gekommen wäre, die hatten Sie jetzt gerade tatsächlich auch schon beantwortet. Und zwar hätte ich jetzt noch die Frage nachgeschoben, wie groß denn aus Ihrer Sicht die Gefahr ist, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Sie haben eben gesagt, Sie wissen es nicht. Sie wissen auch nicht, ob die Gefahr da ist, dass ein eventuell sogar noch gefährlicherer Trumpist ins Weiße Haus einzieht. Da brachten Sie den Namen Ron DeSantis ins Spiel. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt auch richtig ausgesprochen. Korrekt, ja. Aber angenommen, das wäre in zwei Jahren der Fall, würden Sie die Aussage dann unterschreiben, dass wir spätestens dann in Europa auf ein starkes demokratisches Bündnis angewiesen sind? Ich glaube, das ist so. Also nochmal, wir wissen nicht, ob die Trumpisten hier die Macht übernehmen. Wenn das aber so wäre, dann ist es dringend notwendig, dass was Macron und eigentlich auch andere Europäer wollen, eine strategische Autonomie, wie das immer genannt wird, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Das heißt, dass Europa eine gemeinsame Strategie entwickelt, wie es in so einer Welt, wo Amerika als Partner vielleicht teilweise bis ganz ausfallen würde, wie in so einer Welt Europa als Bündnis zusammenhalten kann und gegenüber autoritären Regimen, am Ende möglicherweise sogar gegenüber einer autoritären Führung in den USA auftreten will. Und das ist ein weiterer Beleg dafür, dass Zeitenwende nicht irgendetwas ist, was man immer nochmal anders entscheiden könnte, sondern ich glaube, die Europäer, auch die Deutschen vor allen Dingen, müssen verstehen, sie sind gewissermaßen verdammt dazu, diese Zeitenwende voranzutreiben und gemeinsam mit starken Partnern wie Frankreich eine Strategie für Europa zu entwickeln. Kann man denn Stand heute überhaupt schon den Blick in die Glaskugel wagen und die Frage beantworten, wie sich das deutsch-amerikanische Verhältnis in den kommenden Jahren überhaupt entwickeln wird angesichts der Krisen in der Welt? Lässt sich schwer sagen, aber momentan, sage ich mal, angesichts der Geschlossenheit, die wir ja sehen, sieht es doch so aus, dass wir ganz gute Chancen haben, die Bündnisse zusammenzuhalten. Es gibt im Grunde in den meisten Feldern eine Interessengleichheit zwischen den USA und den europäischen Partnern. Und das ist eine Grundlage. Und darüber wird man jetzt reden müssen Ende Juni beim G7-Gipfel. Es findet auch ein EU-Gipfel statt mit den USA und eben auch der NATO-Gipfel. Und man erhofft sich natürlich, dass man eine Art Grundlage hat für das weitere Vorgehen, auch nach einer Ukraine-Krise. Weil allen klar ist, nur zusammen können die Demokratien in den nächsten Jahren wirklich angesichts der Herausforderungen bestehen. Und das wichtigste und entscheidendste Element dabei ist das gleiche wie für die USA selber. Die Demokratie muss beweisen, dass sie für ihre Bevölkerung in der Lage ist zu liefern und zwar besser zu liefern als der Autoritarismus. Und das bedeutet, sie müssen auch innerhalb ihrer Länder die Wirtschaft voranbringen, die Demokratie stärken und schützen, damit nicht so etwas passiert, wie wir in Frankreich schon mal für sicherlich kurze Zeit gedacht haben, dass möglicherweise eben eine rechtsextremistische Regierung auf einmal ans Ruder kommt. Das ist in diesem Fall noch abgewendet worden, aber das kann natürlich in einigen Jahren dann doch passieren. Okay, wir haben es jetzt fast geschafft. Das heißt, Sie können dann gleich Ihre Stimme wieder schonen. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie sich trotz Ihrer Infektion die Zeit genommen haben. Und zum Schluss, ja, sollen auch unsere Hörerinnen und Hörer folgende Szene noch mal auf die Ohren bekommen, sage ich mal. Sie haben ja am Ende des wirtschaftspolitischen Abends, haben Sie, und wie sage ich das jetzt, am einfachsten, ohne Ihnen die Pointe vorwegzunehmen, ein zur Hälfte mit wassergefülltes Glas in die Kamera gehalten. Und Sie hatten damit verbunden auch eine Botschaft. Und ich sage jetzt einfach noch mal, it's your turn. Ja, also hier in Amerika sagt man meistens, das Glas ist halb voll. Und in Europa sagen wir meistens, gerade in Deutschland, ein Glas ist halb leer, wenn wir das gleiche Glas sehen, das eben halb voll ist. Mit anderen Worten, die Amerikaner gehen an viele Themen sehr optimistisch ran, sehr positiv. Und wir tendieren dazu, die Dinge eher negativ zu sehen, alle Risiken erst mal zu überlegen, bevor wir es wagen, dann aktiv zu werden. Und ich glaube, es braucht am Ende eine Mischung. Also wenn wir verstehen, dass der Ukraine-Krieg, und das war meine Absicht klarzumachen, dass der Ukraine-Krieg ein Weckruf ist, ein Signal, dass wir uns gemeinsam überlegen müssen, wie wir voranschreiten. Und eine Mischung entsteht aus Abwägen, was für Risiken wir haben, aber den Mut haben, voranzuschreiten und eine Strategie zu entwickeln, mit der man geschlossen auftreten kann. Ich glaube, das ist das beste Rezept, um mit den Herausforderungen der Zukunft fertig zu werden. Sehr schön. Ich finde, das ist auch für diesen Podcast ein echt gelungenes Schlusswort. Möchte ich so stehen lassen und sage jetzt auch noch mal an dieser Stelle großes, großes Dankeschön an Sie, Elmar Thewesen. Auch, dass Sie mir für diese Aufnahme so spontan jetzt zur Verfügung gestanden haben. Und ich muss auch noch mal betonen, Sie sind in Washington. Wie spät ist es bei Ihnen gerade? Es ist früh morgens, oder? Ja, wir haben jetzt gerade mal halb neun, aber der Arbeitstag hat begonnen. Ich hoffe, dass Sie ganz, ganz bald wieder genesen sind, dass Sie fit sind und wünsche Ihnen alles Gute. Und noch einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Herzlichen Dank, Frau Schwalbe und auch Ihnen alles Gute.